Willkommen zu einem sehr kurzen, hoffentlich kurzen, Infovideo. Eigentlich wollte ich nur anmerken, dass ich wieder Schule habe seit dem 2.8. Das Video kommt irgendwann hoch Sonntag, den 5.8. oder so. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich kann dadurch, dass ich Schule habe, nicht mehr so viel aufnehmen, beziehungsweise habe wenig Zeit, mein Stundenplan ist beschissen, mit so viel Freistand dann wieder zur Schule gehen, kann irgendwie fast wieder was zu Hause machen, beziehungsweise IP haben sowieso viel zu tun, zu telefonieren und was weiß ich. Und ja, oh Gott, ich hasse den Montag, den Dienstag und den Donnerstag, weil ich dann erst um halb sechs zu Hause bin. Und ja, naja, dann wollte ich zwei Sachen dazu sagen. Die Let's Plays von mir werden wieder kürzer, das bedeutet, so 15 bis 18 Minuten werde ich machen. Das ist bei Clenet sehr wohl möglich, bei Megaman werde ich es versuchen, wenn 15 Minuten ist, dann so langsam zu speichern und nicht noch irgendeine Sequenz zu starten, falls ich mich daran erinnere. Bei Twiwi wird es relativ möglich sein, wenn ich nicht vergesse, auf die Uhr zu gucken, genauso wie bei Megaman eigentlich. Und Kingdom Hearts kann ich nicht garantieren. Ich versuche, die nächsten Part ein bisschen überkürzend zu machen, weil ich zwei lange Parts habe. Aber für Kingdom Hearts kann ich es nie garantieren. Nie. Weil wir sind dann schon in einem, äh, ja, Boss-Bug drin und was weiß ich. Aber auf jeden Fall, das will ich anmerken. Zweitens, Moment, was soll ich noch sagen? Zweitens, zweitens, zweitens. Puh, ich hab's vergessen. Ähm. Komm, denk nach, hör mir. Hat auch was mit Let's Plays zu tun. Denk nach. Denk nach, ich wollte, du wusstest doch eben, was los ist. Hören. Also einmal das, wegen, was Kürze gemacht wurde und... Keine Ahnung, ich pause nie mal kurz. Ich muss nachdenken, ich hab keine Ahnung mehr und bis gleich. Genau, jetzt weiß das mein Hirn wieder. Also, es war, also, konnten für euch, aber egal. Also, es war, dass ich die Videos, also meine beiden Let's Play Parts, jetzt auf einmal irgendwann abends hochladen werde, weil ich durch die Schule in der Woche wahrscheinlich nicht Zeit habe, äh, schon davor was hochzuladen, wie ich schon sagte, halb sechs zu Hause. Ja, LP werde ich am Wochenende durch, immer. Und, ja, mehr gibt es in diesem Infovideo nicht zu sagen. Ich sag, tschüss und bis zum nächsten Mal.